Hallo zusammen da sind wir wieder Kerker von IRISHIL, TH, der Paul. Ja also ich gehe jetzt von dem stark aus, dass man dann auch irgendwann wieder da oben aufkommt, wo wir uns weg teleportiert haben. Was war denn das jetzt? Ach Himmel Herrgott. Oh. Meine Fresse, ja. War da jetzt auch was da hin oder war das jetzt der von da hinten? Also hier könnten Dutzende von versteckten Wänden sein. Könnten. Weil die sieht man jetzt ein bisschen arg dunkel. Ah, ich habe die Fackel weg. Oh. Sehe ich da. Das müssen meine Mythenäuglein sehen. Ja, super. Naja, ich verlasse mich jetzt mal darauf, dass wieder ein Hinweis irgendwo steht. Hey. Verschlossen? Was soll denn das jetzt? Brauchen wir einen Schlüssel? Eventuell. Oh Gott, was soll denn der da? Brauchen. Oh. Magisch. Magisch. Magisch auch haucht. Irgendwoher ist wieder so Schmatze und was was. Da hat man schon wieder eiskalte Booking. Oh. Ich brauche noch drei. Ja. Drei große Scherbe. What? Und dann könnte ich den Schwett nochmal hochrüsten. Das wäre mir recht. Hm. Ja. Ja. Was steht denn da? Ich habe versagt. Okay. Ich gehe mal von dem aus. Wir schmeißen doch mal eine Bombe nun. Ob das. Ob die reagieren da unten. Paul nun. Nicht auf. Okay. Das wäre geklärt. Oh. Was war denn das hier? Ist da einer? Habe ich da einer übersehen? Oh. Noch einmal so ein Ding. Nach einer übersehen? Wo, 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 wo? da muss man aufpassen, wen es nur was sind. Masken gestalten. finstere ja paul was da waren gleich drei in unter gebrucht andere stehen leer andere zähle und die hocken sie gleich in drei ja auf her oder was liegt denn da das ist eine von der maske konnte soll krass herr hi schatz ja ja jetzt haben wir wieder die wahl der qual ach gut es geht wieder in tausend richtungen himmel herr gott schlüssel voraus verschlossen scheiße schlüssel voraus ja wie ausrum was ist mit ihr jetzt ist halt die frage soll er war darunter hüpfen oder soll man auch so umgehen da ist auch nicht verkehrt ab gibt noch achte lewe oh mein gott das sind doch die aus aus dem pfad der verbotenen Meister ins Neuf. Scheiss egal jetzt. 90 Zählen, da lache ich mich tot. Die Tränen sind wie verrückt. Guckt euch das mal an. Muss man auf der Hut sein. Auf der Hut, auf der Hut. Aber ihr nicht, ne? Okay, also das scheine. Die Hellere sind die Böse. Das möchte ich jetzt nicht. Das war auch nichts. Paul, du konntest nicht springen. Was ist denn los? Da habe ich auch noch kein probates Mittel gefunden, wie man das am besten ausstellt. Da war ich nicht schon wieder verschlossen. Da ist alles zu. Aber wir sind jetzt auch da, wo wir hier wollen. Hätte man nicht unbedingt auch... Was steht denn da? Vorsicht von links. Okay. Achso, jetzt war der Heuny. Ja. Nix. Nein. Nichts. Aber da kommen wir neu, oder? Auch Verschluss, ne? Die sind nicht echt. Denk ich. Der könnte echt sein. Oh. Mutant. Ich habe echt gemeint, der übergibt sich gerade. Ah, das ist der... Der WAUC. Der langt aber gerade her. Bevor der auf dumme Gedanke kommt. Ah, ah. Oh. Und schon wieder was für ein Magier. Ja. Ah, die werden verwöhnt. Ehrlich, woher... Da habe ich ihn da eigentlich schon dringen. Ah, ich weiß auch nicht. Na ja. Hopf. Mal langsam Pause. Wir haben Zeit. Oh. 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 Da kann ich nicht markieren. Oh. 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 das habe ich gemänt jetzt die scheiß fischer die hocken anders bin ich schon verflucht oder untersteigt unabhörlich mal halt nicht im porno gerade paul jetzt ja du gerade bist dabei was ist denn das ist sogar war knapp ruckzuck die schülle ja weil ich noch erschläge ja das kann man doch aufmachen großer zauber schild wirklich nahe sehr sollte man mir nichts hin die enttäuschung mehr da liegt einfach die stärke charakter oder charles wird es so schön genannt wäre die haben sind hier ziemlich allein gelassen ja wie komme ich denn jetzt wieder zurück so wird herkomme ich ach so gut naja mal ist weiter so dann gehen wir doch nicht mehr das steht jetzt sehr ungünstig was ist denn das jetzt gewesen mein lebensbalken ist auf einmal im 0 zurückgekommen erlaubt dann er kommt wieder das ist nur ein vorübergehende zauber oder jetzt ist er wieder weg als mister eingeschaut aber gleich wieder steigen die schaffen mit alle tricks er kommt langsam wieder ok gut 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 immer langsam immer langsam geht er voraus ich bin ja hoffentlich nicht der einzige das ist da hinten oder was Vorsicht vor rechts. Wieso rechts? Sehen alle Anfall halb rechts. Was ist das? Feind? Ne. Zwickmühle voraus. Ist das etwa guter Gefährder? Kann ich so nicht sagen. Lässt sich nicht fixieren. Aber ich denke eine falsche Bewegung. Blöd. Man kann aber auch nicht mit dem Reden. Man kann die Nachricht lesen, aber nicht mit dem Reden. Ah, jetzt hat er war. Gut. Gut, 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 gut. Schlüssel des Ausbrechers. Schlüssel des Ausbrechers. Trio voraus. Trio. Eins. Zwei. Eins. Wo ist der dritte? So kann ich ihn denn jetzt nicht markieren, ne? So ist es. Weg. Ja, ja, das machen wir langsam her. Ja, und schon der Hilf. Wieder der Lebensbalk. Das ist, wenn man nur denn in die Nähe kommt, ne? Ach so, das ist dieser Nebel. Vermute ich mal. Ah, oh. Böses Erwachen könnte das geben. Oh. Der ist jetzt bösartig. Warum auch immer. Futter bewacht. Simpler Edelstein. Der hat die Schütze sofort auch gegriffen, Paul. Au. Wow. So. Ah. Wieder einer. What the fuck. Oh ne, oder her. Das gibt's doch nicht. Ich muss nur mal nüfteln, dem Kalauer. Nicht, dass der mir irgendwann in der Rücke fällt. Bleisches Kiefernharz. Und das Gekreiche, das macht dich ganz nervös, ja. Kann man nicht. Feuer. Ach du, bist du. Aber typisch magisch begabt, stimmt's? Der ist fein. Nämlich ein bisschen das Mirgold, oder? Ja, was macht der hier? Ach, Gott der Leid. Ich wäre verrückt. Der holte aber jeder was auch noch aus der Flage, ja. Ach du, was du jetzt kommt. Rausgerannt. Da ist noch einer. Wow. Langsam, langsam, Freunde. Langsam. 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 Da werden sie noch frei, dann werden sie noch aufbupfig. Das ist mir ein Goldverschnitt. Ja, wieso konnte ich denn den Schlüssel nicht nehmen für dich, ne? Keine versteckte Wand. Aus hier. Oh mein Gott. Was war's denn? Sind wir jetzt? Wer hat denn die der aufgemacht? Also ich nicht. Klasse, ja. So, dann mach ich mal folgendes. Wir machen hier einen kurzen Cut. Ne, wir machen hier einen King Cut. Das geht gar nicht. Ich hab ja. Ich hab ja. Ja. Da muss ich ja nochmal da durch. Heimatknochen. Soll das eine Ausspielung sein. Vielleicht haben wir nochmal ein Leuchtfeuer. Wär ja nicht übel. Was hab ich denn? Schon wieder 16.000. Ach Gott, ist das normal. Oh. Das scheint normal zu sein. Ach Gott, bleib los ist du nicht. Schild brauchst du jetzt nicht. Blutung wieder. Klasse. Was sind das für welche? Was hat der? Keine Ahnung, was der gehabt hat. Aber da geht ja auch was. Ist das eine Treppe? Ne, das ist eine Mauer. Zur Vorsicht. Ah, nicht getroffen. Oh. Ah, das ist ja. So macht Spaß. Das macht Spaß. Also ich finde das Schwert schon klasse. Ich bin zwar ein Leier. Ich hab keine Ordnung von solchen Sachen. Aber ich denke, je länger ich am Leben bleiben mit dem Schwert, je besser ist es für dich auch, Paul. Ja. Monster voraus. Ja. Mimik. Erstmal trinken. Gucken. Vielleicht ein Leuchtfeuer in der Nähe. Jetzt wäre es fast sinnvoll. Ach, da kommt ja die ganze Mäude. Schon wieder drei Stück. Drei Stück, sag ich. Ich kann nicht zählen. Fünfe. Ah, nein. Oder? Und wieder einer mit einer Armbrust. Wow, wow, wow. So, warte mal. Zwei mit einer Armbrust. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Typische Leier. Nicht ruhig. Noch einer oder zwei. Alles. Habe ich als Zweck, der war nur einer. Nein, nein, nein. Eins noch um andere. Mimik haben wir noch nicht. Und der Feuerler wäre nicht schlecht. Scheiße. Es gibt hier auch noch einen Weg. Aber erst müssen wir uns um die Mimik kümmern. Und die Mimik könnte ich grässlich werden. Und weg. Raus. Raus, 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 raus. Esst du Scherbe. Drei Zehner haben wir jetzt. Wow, ist das krass. Ja, genau das tut mir leid. Aber da hätte ich mir jetzt eine Leuchtheuer gemacht. Dann muss ich den ganzen Weg nochmal da her. Ich weiß nicht, ob man es durchlaufen kann. Ansonsten immer vier oder fünf auf einmal. Oder kommen mehrere. Okay. Und hier könnte man eins brauchen. Hier ist kein eins. Schmied. Schmied. Stehen da. Versuch Distanz und dann Xer voraus. Okay. Ken Schmied, ne. Ah, das. Blöd jetzt. Ah. Das war schon der erste Fehler. Das war der zweite. Dass man die Tür nicht findet. Die haben sich extra gelegt. gemacht. Warte mal, was der gegen Feuer ausrichten kann. Nix. Das heißt, kann man die Ärmer fuchsieren. Man müsste... Das ist kein Schmied. Durchschild durch. Das überleben wir nicht. Und wir machen keinen Schaden, fast. Das und ich gehe nicht. Du schild durch. Das überleben wir nicht. Und wir machen keinen Schaden. Urt hegt. urtik net macht nix das geht also nur man gegen schwert oder was mit welcher und schlägt dazu da haben wir langsam genau das war es das hat er jetzt das timing hat er drauf ich konnte dieser müde wieder ach gut nee das hat keinen sinn habe ich nicht schade gemacht es ist ein bisschen mehr aber nicht nicht das was man so will möchten und ich sehe es dann mist wogel ja genau das wird kein sinn ich mache jetzt mal kurz ein schnitt machen wir hier genau macht's gut bis